Wir schießen jetzt einfach mal direkt los und die nächste Runde haben wir dann gleich wieder noch ein paar mehr. Let's go. Wollt ihr sieben ja nicht mal machen? Ja, in eine Viertelstunde. Ach ja, okay. Bei der nächsten Runde. Ah, da ist es nicht dann. Ah, da ist es zum Runterfallen. Ah. Verdammt. Ja, mal schauen, ob wir da treffen, Meichen, oder? Verdammt. Ja. So wie ich das gemacht habe, ist egal. Ach, da gibt es eine Schräge, sehr schön. Könnte ich das mal versuchen. Ich habe jetzt die da neben. Okay. Ach, die, okay. Okay. Ich nehme mal den langen Weg. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Aber ich probiere es den kurzen. Eilis. Äh, ja, der kurze ist, glaube ich, besser. Ey, ja, nicht so der Weg. Nee, auch nicht. Ja, der ist schon besser. Du musst halt nur treffen. Ach, komm. Ich kann überhaupt nicht treffen. Oh, das ist so eine schlechte Idee gewesen. Du musst mal dann schlagen, um hier rüber zu kommen. Geh mal rückwärts. What, warum geht ihr nach rechts? Okay, ich bin jetzt direkt auf der Kante. Ich habe es gesehen. Nein, Lul. Direkt auf der Kante. Alter. Jetzt reicht es. Oh, Mann, okay. Sitz. Da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Warum geht der? Okay, den nehme ich. Ne, sich. Du weißt, wieso bin ich durch? Bei uns hat das nicht mal, hat das jetzt gezählt, oder nicht? Nee. Nee, warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Oh, nein. Ich war doch durch eindeutig, oder? Ja, mir auch. Oh, Mann, ich bin soweit hinten. Okay, jetzt bin ich durch. Aha, warte, ich komm noch. Oh, oh, die können, nein. Nein. Also, ich hab, ich hab, warum kann ich, warum macht das, what? Ich komm da nicht durch. Ich hab keine Schräge mehr. Oh, nee. Ich hab auch keine mehr. Ich hab keine Ahnung. Ich werde auch gleich out of strong sein. Direkt vom Ziel. Oh, wow, das ist eine interessante Idee. Es ist jedes Mal ein Millimeter, den ich daneben fliege. Dann nimm doch die, nimm doch die Schläge hier hoch. Das ist doch. Der passt leider auch nicht. Du machst doch ein F... Ja, Thoram, werden wir sagen. Na komm, und jetzt rein ins Netz. Der ist dran. Na, na. Okay, aber ich bin eher auch nicht schlecht. Also, es ist so nicht schlecht. Ja. Ja, super. Ja, super. Ich hab auch sehen, ich hab den coolen Beat, das ist richtig. Jetzt. Ich bin oben. Nice, ich auch. Hallo, Meichen. Hi. Okay. Tschüss, Meichen. Kann ich da mittig drauf? Ja. Okay. Komm schon. Also, da musst du echt vorsichtig sein hier bei der Bahn. Ach, du Schande. Ja, ja, die ist wirklich so ein bisschen... Ach, nö. Okay, 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 da ist die Kugel zu breit. Okay, ich verstehe. Okay, warte mal. Das ist der... Oh, Mann. Richtig. Warte, ich muss auch gucken. Äh, der... Der da. Oh, Mann. Ja, 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 genau der. Genau, der da. Welcher da? Ja, der da. Der muss nur den richtigen. Stopp. Ja, ja. Na, komm, na, komm, na, komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, rein da. Ach, komm. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Neh, mir. Hi. Okay. Ah, mich. Wann, das ist eine Tanne-Weg? Warum ist das eine Tanne-Weg? Ach, du willst nicht, mein Gott. Zweit. Oh, ja, 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 ja. Und, komm, komm, komm. Oh, Alter. Die scheiß Tanne hier. Die ist drin. Ich bin sowas von drin. Die Tanne. Nicht so weit. Na, komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Das ist doch jetzt. Das ist doch nicht wahr. Und ich bin drin. Mit zwölf Schlägen. Mit dem letzten Schlag. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Was? Ist die rundherum? Ne. Ach, zu doll. Das ist jetzt seltsam. Ich bin anscheinend auch wieder rausgef... Liste, du bist im Loch. Ja, ja, ich bin auch schon drin. Nein. Aber ich kann meine Maus als Spectator nicht mehr bewegen. Was macht denn der Toram da? Komisch. Bei wem besser? Ja, danke. Die trägst Tanne noch. Ich kann einfach nicht... Wenn ich die Maus drehe, basiert nichts. Drück mal die rechte Maustaste. Wer pflanzt denn dort eine Tanne mitten auf dem Golffeld? Du bist nämlich aus Dragonfeuer. Dragon ist aber schon drin. Mitten bei ihm noch. Bei mir ist es irgendwie rumgebackt und ich bin bei 14 Schlägen gelandet. Ja. Jawohl, ich bin bei 28 Schlägen all in all. Was ist denn das hier? Wo muss man denn das noch? Ich glaube, der Eimer ist das noch. Der Eimer ist auf jeden Fall die vordere Kübel, der ist ein Ziel. Der Eimer ist ein Loch. Ja. Wie sollst du denn da reinkommen? Ach, du musst die... Du musst den Eimer treffen. Es könnte auch ein Holenbon sein, wenn du es richtig gehst. Aber gibt es einen anderen Weg? Nee. Du musst einfach den Eimer treffen. Ich glaube, du musst einfach nur das richtige Timing haben. Wenn du gut bist, kannst du auch heulenbonen treffen. Was? Ist der Brunnen auch noch, wo du rein musst, oder? Ja, 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 ja. Oh, nein, zu feste, feste, feste Scheiße. Verdammt. Ich bin drin. Fimmel. Das ist ja ein Glücksspiel hier. Du musst so ein Gefühl haben. Na, fast. Oh, nein, nicht mehr fest. Oh, nein, nicht mehr fest. Oh, nein, nicht mehr fest. Fast fest sie mit. Mit knapp fest sie mit. Oh, ha. Millimeter. Millimeter weit drin vorbei. Me wins. What? Damals. Das war mehr als ein Millimeter zu her. Bin nicht im nächsten Loch. Oh, dragon hinfliegt drüber. Man kann es übrigens auch schaffen, wenn man im nächsten Loch landet. Das geht auch. Ach, come on. Richtung war immerhin gut. Ich glaube, ich werde hier jedes Mal mit 14 beenden. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Nein. Zwei Versuche habe ich noch, aber, ja. Das war knapp. Nein, ein bisschen mehr. Fast, fast. Okay, ein Versuch noch. Letzter Versuch. Komm schon. Schaffst du. Nein, das war aber zu doll. Ich bin im nächsten Loch. Zu doll. Oh, da ist ein Auto. Auto strokes. Oh. Toram? Toram. Oha. Im Wasser immer. Ja, was auch. Nein. Kühl dich erst mal mit deiner Lava. Ja. Das war ein bisschen too hot. Ich erkunde schon mal. Oha. Ach du, schade. Ich hatte es in drei geschafft gehabt. Was ist das denn hier? How the hell? Wo sind wir? Da muss man drauf. Vorsicht. Hin komm. Das schaffen wir noch niemals auf den Vorsprung. Wo muss man überhaupt hin? Auf den Vorsprung. Auf den Vorsprung. Halt es. Servus. Stopp. Nein. Hallo. Hi. Ciao. Wie soll ich denn da hinkommen? Warum ist das so leicht? Warum ist das so leicht? das ist ein tor dahinten beim baum sehr schön in den brunnen in den brunnen da bin ich knapp wir sollen das was werden soll wie soll man denn von dort vor wie soll man denn da von dort oben da in den bund reinkommen ist doch hier ist doch nicht war und da rollt und wollte ich bin im ziel ich bin im ziel ich bin im ziel im gebüsch gibt es auch ein kleines loch man hier wollen können im gebüsch ist auch ein kleines ganz verstecktes loch das findest du nur wenn du langkoll ist ich hab auch er gedrückt ich hab's gesehen ich bin so ein affe das müssen wir achten lichter also dass die löcher oder wo muss man vorbei ich hab da auch mal den express wir sind sie ganz den sehr schön naja die entfernung ist jetzt auch nicht mehr das was ist ein versuch was wert da gibt es ganz kleines tor dort oben kannst du ich versuch es mal verdammt und ich habe daneben und ich wollte ich bin einmal zurück ich war doch drin in dem kleinen loch ich war doch drin das klingt wie zweideutig man ich weiß das war gut golf wird spielen und man kann auch falsch verstehen ich weiß es hat sich alles falsch angehört was ich gerade gesagt habe aber alles alles in ordnung jetzt scheint jetzt jetzt hat kacke ich mich war schon direkt vom ziel und versucht und eines kleinen loch zu kommen und ich bin noch dämlich warum versuche ich auch in das winzige loch rein zu kommen ich versuche noch an das winzige loch dort ist doch alles 63 schläge ich bin jetzt schon ich gehe rechts lang nein ist falsch naja was heißt falsch wobei ist eigentlich ziemlich egal beide wege gehen jetzt muss ich über die schräge rüber oder was lege den rechten besser so jetzt hier unten durch das rolle ich bewegt dich nein 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 bleibt weg das ist sox nein bist du nicht ich bin auch und ich auch fast schlecht schlecht möglichst das war ist schuld habe ich genau die schuld und renner einfach und ist es schuld wenn merken meine schuld ist es nicht schuld das war auch noch kleines tor ja das soll denn der muss hier warum komme ich das doch jetzt hier mal jetzt das ist doch jemand da kommt der punkt ist doch nicht ich habe da reingeschlagen aber das war so klar dass da hinten irgendetwas sein ja ja genau das hat man gleich die kappe eingedreht und dann so schau ich jetzt aber nicht aufhalten doch ich bin jetzt ich habe schon ganz vor hier fünf glaube ich war uns fünf jetzt ich weiß es nicht ich glaube ich habe fünf gemacht in der hälte die schuld gibt es auch noch list ist das ist richtig ich weiß wenn du abdrückt siehst du wie viele schläge und du hattest ne ja wasserloch wo muss man denn hierhin nicht ins wasser nicht ins wasser sieht nicht so aus man muss im neckel glaube ich ich glaube man muss die ich suche auch gerade da geht es um die ecke da muss da musst du um die ecke ach gott nichts verraten nichts verraten ja die leute können alles selber gucken hey nein ich kann spanisch lameta esther en el principio ja das heißt so viel wie ich habe keine ahnung wussten das verdammte loch ich weiß nicht am anfang ich habe auch lange gesucht ich hab's direkt gesehen wollt ihr mich verraten äh 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 du musst wahrscheinlich über das wasser holen NICHT EUER ERN du kannst einfach er drücken jawoll ja das stimmt ey und natürlich list freut sich über bits 100 bits vielen dank zene wo bist denn du meichen äh meichen in falsche richtung ach hier ist das loch als ob als ob das das loch ist da kommt man doch nicht drauf ja ich habe lange gesucht musst du auch erstmal gucken musst du auch erstmal drauf kommen wunderbar sehr gut 10 Punkte ist nichts ok das kannst du nur aus versehen holen und machen würde aus versehen äh klub na komm hole 3 und ciao die ich bin drin hallo na was geht joa nicht viel ich habe eine andere Bahn gesucht ja ich auch was war das für die physik warum ist der ball einfach stehen geblieben an der kante na egal da ist der liss nein mann oh eine schöne 3 eine schöne 3 und die meinte schon vergessen ist gab ich habe ein spanisch und vergessen gehabt als ich in der schule war und spanisch gelernt habe ich habe ein halbes jahr französisch gehabt ich habe russisch gelernt ich weiß nur dass der trüschbar mann der peres der hat ja immer nur gesagt dass meine aussprache gut ist aber ich glaube du gemacht um mich zu motivieren eine spanische aussprache ich habe die deutsche freundschaft ich habe glaube ich fünf jahre spanisch gehabt echt oder fünf jahre spanisch kannst du dich mit der gabi unterhalten sie ist denn ich kann nämlich auch sparen ich habe bisher französisch und ich sage jetzt also mit der sprache hapert alles kommt auch dazu gut man sieht das aber auch nicht wirklich gut also die kannte da das ist der wichtigste hatte darüber gemein nein loslautend am loch wo habe ich denn mein button hin für die mode ich habe dafür extra button eingerichtet wo habe ich den stream habe ich nicht immer ab jetzt alle im chat und das ist ja die mode only in jetzt aber haut richtig immer aus aber so richtig ich will jetzt alle mode sind ihr habt alle und davon viele habe ich nicht im ort werden werde die direkt gebannt ich habe keine warte ich bin mal toaster kannst du vielleicht in manchen band nein bitte nicht was ist denn los mit dir auf geht's das war's und macht euch schon mal bereit wir haben gleich die runde durch welches loch ist denn das jetzt hier wir haben noch eine hälfte der anderen bahn aber ähm äh 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 wie wie hast denn das jetzt gemacht ich weiß es nicht was war denn das für ein cheat was ist sie durch oder was nein aber so was ich gar nicht der kommt ja auch noch ein gerollt ach komm schon jawohl jawohl ja was ist denn das hier was ist denn das für ein meint wie soll man denn jetzt hier lang ich hasse diese map ich habe ich habe ich hasse dieses schweiz auf mann modado zitat und da ist ein ziel oh stop 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 voran vor allem ist das süß mit diesem kleinen büschchen die da hinten jetzt komm jetzt roll dich aus mehr emotes gabi mehr emotes gläschen ach mann das macht doch keinen spaß du machst keinen spaß wieso ich was hab ich denn damit zu tun hab ich goldfeeder ausgesucht nein das hat es ausgesucht das macht keinen spaß ich bin das spielverderbe hier das war mal eine blöde idee diesem tricks map hier auch ernsthaft so weit das war so viele emotes ja sehr gut so gefällt mir okay ich bin auf eine andere map das war's okay ich bin raus ist es so ein schummler ist schon mal aus dem stream nachschaut wo ich reingespielte nein ich habe einfach nur tag getrunken stream snipen es gehört sich nicht sagen wir sind heute es gibt importe leute sucht das portal ich glaube das ist ein portal zu verdammt ich war fast das glaube ich auch zurück portal nein sagt ohne jetzt nicht was ich weiß ja heute die abgrund in ecken verkehrt ist immer wenn es zu weit ist es das wäre es gewesen ja wohl ihr lieben ich finde es schön dass sie noch weiter im uns beim die könnte auch wieder normal und alles und überhaupt das ist der einzige der das loch beendet hat geschieter ja und warte ab in die dunkle runde ecke mit dir da sieht man ja gar nicht die dunkel ich glaube den hellen fahrt und ich war ja noch was zum ich dachte das wäre sicher bleiben 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 ich habe mit dem film waren die ganze bahn und hallo was was ist wo ist hier in abkürzung wo ist hier wo ist sie denn wo ist sie gefunden ich bin auch noch okay jetzt muss man noch ein treffen das ist nicht gesehen und rein da okay man muss nicht besser wenn ich bin ich okay 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 und gemeinsam menschen menschen gemeinsam und 321 das muss man erst mal schaffen das habe ich nicht gesucht am anfang und jetzt 321 fast einschlag haben wir noch ein schlag habe ich noch ich habe noch zwei ich glaube ich bin da oben gegen ich mache da bin ich so ein bisschen schräg was wieso bin ich jetzt raus ich hatte noch einen schlag ich habe noch die zeit die zeit also ein auto feiern habe ich nicht auf das zelt geschaut ist so ein dreck jetzt noch geschafft rede ich mir jetzt ein so ein müll ich habe mir schon gedacht dass da irgendwie sowas sein muss wenn der anfang komplett offen ist und runter hier sehr schön und dann nicht schön was ach so da ist eine decke da kommt da kommt dann komm roll dich aus das ist ruhig nicht wahr wird fertig wird fertig wird fertig wird fertig wird fertig wird bis zum letzten check point und runter hier und jetzt aber und es sagte sagt über sie übers ende hinaus sehr schön ja natürlich jetzt habe ich zwei schläge um die runde zu kommen ich sehe list hat die gleiche lücke erwischt haben mich wie soll man denn da wie soll ich denn da runter kommen auf alle fälle patte sich nach jemals runter kommen ist doch hier nicht das ist doch scheiße so blöd ich war kurz vorm loch aber hab's nicht geschafft das loch ist richtig ja weil wir lieben ist davor ach du schande das jetzt sie werden kurz kurz vor dem loch war in einem gebüsch zur seite was sollen das werden ich sie die ganze ich gehe sie die ganze landschaft ja genau das ja was zum hink über den wolken muss man denn überhaupt hin dahin nicht warum ist er so langsam oh wie ich das hasse gerade weiter okay ich geh nochmal gehen ja nein und wenn ich ein kick schneller mach dann fällt er runter das gibt's doch nicht oh nein oh stopp stopp oh oh dreck oh danke oh sanns sei dank nein zu doll nice nein bleib warum bin ich wieder am start wenn du runtergefallen bist nein ich war rüber gelassen bleib 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 und wo müssen wir jetzt hin oder was ach du müssen wir denn hin ja ich habe es gefunden es ist wo ist das loch wo ich bin so bist du auf der anderen seite kommen wie zum hänker ja auch mit zehn schlägen drin 3 2 1 ach da ist das habe ich in hagen das ist eine untertreibung ich hoffe ich das habe ich gerade ausgezogen nein die sachen das bisschen weil es tatsächlich innen dritten rand ich komme dir nach ganz 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 feine flauschige katzen auf und ich wundere mich gerade warum ich jeden schlag anders mache dann kommen und rein in die kanone so siehst du müssen wir hinschießen erst mal auf die kanone und die kanone und das ganze dann ist die frage wird das fenster war das loch ich würde sagen das fenster dort hinten also ich bin aus dem loch raus oder das fenster ist kein noch zwei das stimmt und das unter uns das ist aber zwei das ist noch loch zwei suchte irgendein loch aus es geht ja irgendwann mal nach links ich habe es gerade gesehen einfach irgendein loch das ist noch zwölf ich nehme jetzt noch zwei allerdings es geht auch ist eine weitere kanone die nach links ist noch da hinten so dreck das kann ich natürlich da hinkommen du kannst auch noch zwei reinschießen du kannst du auch noch von zwei einschließen und schaffst reinzukommen und dann ist doch mal weiter in der kanone ja ja da oben und dann die windmühle wie soll man denn da oben hinkommen nene damals in die kanone dort ach du schande ja das ist die windmühle aber wie kommt es da hinten hin da gibt es noch eine weitere kanone wo denn das ist ganz komisch zum einstellen aber du kannst drauf kommen wussten jetzt noch die nächsten relativ flacher winkel die windmühle dort windmühle ist es einfach nur lang ja na toll das ist ja bescheuert schade ach so jetzt muss ich das ganze noch mal ist vor allem ließ hat das noch frei gemacht wie hast du das in zwei gemacht war da am start schon wieder los wie er sich einen grins beschäftigt sorry ich habe auch nur vier schläge gebraucht ihr tricks cheater aber wo war da verstecktes loch da war doch vorhin dir der berg der dann die diese spur hat und jetzt noch diese berg war genau hinter uns in die mitte leute also ich habe gesehen dass das der berg ist aber ich habe nicht mal versuchte reinzukommen da kommt in die mitte sehr schön ich bin drin weiß schon dass das nicht die mitte ist wo du reingehauen hast ne wieso nicht was denn jetzt da können wir ausgesehen was die mitte ja das ist nicht die mitte das war ein verdientes paar jetzt ja der schon der davor war nicht nur das kommt rein lässt uns hier zig runden gucken wo es lang geht und grinsen schon wahrscheinlich ein weil er schon längst dem loch war wir entwickeln die hass gegen das ein flipper automat das war doch der hole im wand nichts ich finde dann finde ich halt die normale strecke ich will nicht bedenken wenn die start ganz ruhig wird gibt es im geheimen loch da jetzt hochkommen ist doch hoffentlich ein ziel oder ich finde zwar auch häufiger geheimgänge aber ich sage dann dass ich das ist ja schon direkt habe ich gewinne einfach komplett unfair das ist ja okay nicht raus nicht und eine letzte letzte karten letzte bahn ja und danach spielen wir auch wieder mit ich bin so gut mit vieren rein hast du das gesehen und ein mit fünfen ich bin noch nicht drüben Ich bin so toll bei dich als grün, ne? Oh! Haha, DRAGON! Alter! Das geht da! Oh, Mann! Na komm, DRAGON! Schaffst du's noch rein, oder was? Schub's an! Weißt du, woran das liegt? An dem ganzen Salz, das du überall verstreust. Du bist an dem Salzkorn hängen geblieben. No! Plunk! Plunk! Ist da drin? Oh, nee. Jetzt verlier ich noch den zweiten Platz. Oh, hier! Muchas gracias por jugar! Stopp! Und jetzt? Den Le... Liki... Suscri... Ja, gebt mir ein Like und Subscribe. Ja, klar. Und das heißt offensichtlich... Nicht für diese... Letzter! Hinterletzter! In der Zoll! Und Liz, der direkt sagt, ist jetzt hier wieder Erster. Wir waren alle nur ungefähr 80 über Paar, 100 über Paar. Ja! 140 über Paar. Ich... Mega geblieben! Ja, Liz, der Schieter ist jetzt hier Erster geworden, das zählt nicht. Oh! Also, das ist eigentlich ein Dislike. Das ist ein Suchspiel und ein Golfspiel. Ja! Ich würde sagen, Dragonfire ist der FC The Champ, der hat gewonnen. Liz zählt nicht dazu aufgetitelt. Mhm. Richtig. Gute Nacht, Hosti. Hau rein. Bis dann, dann. Meinst du den nicht beklang, Emoji? Jawohl, George, genau. So, ich bin dann mal raus, Leute. Bis nachher zu Gartik von. Ich komme dann zu Gartik von nochmal zurück. Jo, hello. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020